Ich mach's jetzt gemütlich, wie. Oh, Schubi, du bist... Jetzt bin ich nur noch fünfter, scheiße. Freut dich, ich bin letzter. So. Oh Mann, wieso wartet der Spasti hier? Oh, ist das ein Assi! Der Spasti hat gewartet! Wehner! Ich war das! Hallo, ihr Lieben. Seidens, willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online. Es steht wieder eine neue Spielliste an. Und wieder mit Dana, hallo. Dener? Hallo? Der muss was trinken. Der Dener, der isst, weil er immer zu spät nach Hause kommt, weil wir immer abends GTA aufnehmen und er immer zu spät kommt und tagsüber keine Zeit hat. Das ist immer echt leid. Aber man muss ja manchmal was essen, mein Lieber. Guten Appetit, sage ich da. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Hab euch alle lieb. Jeder esse Wasser kann, nur nicht seine Nebenmann. Ja, ja. Und wir nehmen es ganz genau und nicht seine Nebenfrau. Geld kaufen. Äh, Schuss kaufen. Der Dener ist da. Ich habe das Gefühl, er stoppt immer wieder nach. Oh, ich bin... Ah, ich bin... Geile Autos. Hast du auch dieses neue genommen? Ich habe ganz vorne, ja, ja. Oh ja, das habe ich auch genommen. Oh, gelb. Und erst auf Go Gas geben. Jetzt. Oh, er hat keinen guten Start. Ich auch nicht. Fuck, Alter, ich werde voll abgedrängt. Ich baste. Okay. Aber ich nicht. What the fuck? Das ist die Spielliste, wo drei Ränder drin sind, die alle relativ ziemlich abgespaced, abgefreakt sind. Waffen ist reingegeben. Und es gibt Waffen. Oh ja. Ha! What the fuck? Man kann nach hinten schießen. Wie kann man nach hinten schießen? Ich dachte gerade, shit, der kann ja nach hinten schießen. Und in dem Moment, bam. Wie kann man nach hinten schießen, dener? Sag mir das. Nach hinten gucken und schießen. Also mit dem Knüppel reindrücken, den anderen? Ja, nach hinten gucken. Genau, reindrücken. Den rechten Knüppel reindrücken. What the fuck? Wie es anhört, den Knüppel reindrücken. Ich wüsste jetzt schauen, welcher es ist. Also mit dem rechten Knüppel... Oh mein Gott, nee, ich habe das nicht geschafft. Linken Knüppel, oder? Nein, den rechten. Den rechten, ja, Kev. Okay, Mundhuben ist ja okay. Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, da hat mir meinen Spaß. Da hat mir meine Reifen kaputt geschossen. So ein Spaß. Oh, ich war gerade erster. Jetzt bin ich achter. Mann, da hat mir meine Reifen kaputt geschossen. So ein... Ich weiß, ob es sinnvoll ist, mich jetzt schon zurückzusetzen, wo ich noch ein bisschen warten soll, weil ich eher geschossen werde. Hoppa, hoppa, hoppa. Ich bin ein Hoppa. Okay, 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 geil. Oh Mann, ich würde mich reparieren holen, König der Scheiße. Scheiße, das wusste ich nicht. Nein, 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 nein. Nein, ich will mich abschießen. Ich laufe meinen Auslaut drauf, weil es das Gang-Zeichen ist. Läuft bei mir. Aua, 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 ihr Scheiße, Kasten, Alter. Das war ich. Fuck, Alter, er hätte mich längst zurücksetzen müssen. Ich bin Fünfter, ich bin Fünfter, alles klar. Es sieht wieder gut aus hier in Hogwarts. Ich hätte mich verdammt nochmal zurücksetzen müssen, dafür schieße ich jetzt den hinter mir ab. Yeah, wir fliegen. Wie setzen wir nochmal zurück, äh, wie schießt man nochmal, Kev? Ähm, oben links, also da... Ganz hinten oben links. Sicher? Hinten oben links, ja. Nee, das ist Quatsch, Kev. Ich schieße so. Ja, vielleicht die Waffe, ich meine, was du aufgesammelt hast. Ach so, den linken, äh, den rechten Knüppel reindrücken. Äh, nee, doch. Nein, das stimmt nicht. Dann den anderen. Auch nicht, da hupt man nur. Ja, da, wo der Hup ist, musst du also die Waffe einsammeln, ne? Ach so, okay, cool. What the fuck? Nein, ich fall die Brücke runter. Doch nicht. Okay, 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 okay. Verdammt. Aber nein, geholt. Aber wie? 15 Überholmanöver. Oh, Alter, ich bin so schlecht. Und das liegt alles nur daran, dass ich endlich mal noch nicht zurückgespawnt hatte. Mann, jetzt ist mein Auto geil. Also, ich hab das Gefühl, dass ich den letzten Challenges einfach mehr absahne als du. Kann das sein? Mann, weil ich so nicht durchesse. Nein, da liegt das auch nicht. Hier ist ja immer, genau. Verdammt. Mann. Oh, ich glaub hier ist schon Ende. War zu lange auf dem Schatz. Ja, ja. Oh nein, da ist Ende. Fuck it, ich bin Fünfter. Das war absolut nicht mein Rennen, Alter. Voll Kacke. Aber die nächsten Rennen, jetzt hast du ein bisschen Vorsprung. Der war auch nicht so viel mit den Punkten. Und das muss ich jetzt in den nächsten beiden Rennen aufbauen. Ich sag dir, das schaffe ich. Weil ich bin jetzt nicht aber heiß. Ja, jetzt bin ich aber sowas von. Gerade so geschafft. Der letzte Sprung, den muss man natürlich packen. Sonst ist man am Arsch. Ja, du bist am Arsch. Ich glaube, das bringt viel Geld, weil solche Rennen bringen immer viel. Alter, er hat noch einen überholt. Jetzt hat er mich wieder überholt. Verdammt. Ich schieß ihn ab. Ich stehe deine Reifen kaputt. Alter, der sieht genauso aus wie ich. Jawohl, ich hab gleich deine Reifen kaputt gemacht. Oder er fährt nur Schlangenlinien. Nein. So gefällt mir das. Scheiße, da vorne ist das Ziel. Oh nein. Aber wir haben es euch beide nicht mal geschafft, das Ziel. Nie beendet. Keine Punkte. Fantastische Ausgangssituation für mich, für diese Challenge. Scheiße, scheiße, scheiße. Stimmt, jetzt bist du aber gut dabei. Ich bin 5. Aber so viele Punkte bringt das gar nicht mehr. Der Haar ist immerhin einer von der Jonge. Also ist dir aufgefallen, dass Zertono oder Zentono besser ist als Turismo? Nee. Drei Turismo auf den untersten vier Plätzen, drei Zertono auf den obersten vier. Ja, ja, das stimmt. Also ich kann auch sagen, war alles nur wegen Auto, aber war es nicht. War es nicht. Es haben sogar zwei Leute ohne Dings da drauf getroffen. Ohne hier, klar. Kev, du hast nur drei Punkte Vorsprung. Ja, ich weiß. Das hat die letzte Mal aber den Arsch gerettet. Das hat die letzte Mal den Arsch gerettet. Jetzt kommt ein richtig komisches Rennen, mein Lieber. Wow, ich liebe sowas. Schön ausrasten. So, mein Lieber, auf geht's. Eigene Fahrzeuge hast du ausgemacht? Ja, sehr schön. Ja, ja, habe ich ausgemacht. Zucker. Das heißt, welcher war besser jetzt? Der... Den kann ich gar nicht auswählen. Ja, ja, den kann man diesmal gar nicht haben. Vielleicht haben die den gekauft. Vielleicht fand ich den Turismo auch gar nicht so schlecht. Fandest du den schlecht? Nee, nee, fand ich gar nicht schlecht. Fand den auch gut. Ich fahre jetzt aber in Crewfarbe. Richtig schönes Giffgrün. Auf Crewfarbe schön orange, baby. Nee, ich fahre schön so grün. Und an die Seite kommt schönes Yonge-Logo hier noch rauf. Das ist, glaube ich, ganz geil. So, ein Huni auf Papa. Wie bist du meine Haare ab? Was ist denn da passiert? Scheiße. Bereit. Und es geht los. Was ist mit meinen Haaren passiert, Kev? Das wollte ich nicht machen. Deswegen habe ich an der Kette auf, damit ihr es nicht seht. Guck mich an. Das ist exaktiviert. Was ist die los? Nein, ich wollte dich gerade angucken. Oh, oh, wir sehen verschiedene Fahrzeuge. Und ich glaube, das wird wieder so alles wie Starwaves the Heavens, wo wir abkacken, oder? Mal schauen, keine Ahnung. Nee, nee, das muss man eigentlich schaffen. Das ist eigentlich möglich, ja. Nein, 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 nein. Ich bin der Erste, der startet. Oh, man sieht gar nicht mein Cruise-Zeichen auf der Seite, aber mach immer. Ja, ich hatte einen guten Start. Ich habe einen guten Start. Scheiße, und bei dem liegt es mir echt scheiße, wenn man weiter hinten ist. Nein! Ich fahre jetzt einfach ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. Ich fahre als Letzter, aber ich fahre ganz ruhig. Und darum bin ich einer von wenigen, die es schaffen. Nein! Nichts wahr! Nicht wahr! Ich hätte es geschafft, aber ich war zu langsam, Alter. Ich hätte es auch geschafft. Nein! Fuck, hier zu langsam, ohne Wett. Das ist ein verdammter Scheiß, Alter. Ja, ja, ich war auch. Ich dachte, ich fahre es ganz ruhig und bedächtig. Und das war auch gar nicht schlecht als Idee, aber man muss halt am Ende die Geschwindigkeit irgendwie voll behalten. Das habe ich halt nicht gehabt. Scheiße. Ich glaube, man muss richtig perfekt da durchdüsen. Ja, ja. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Okay, aber einer hat es da vorne schon geschafft. Also unmöglich ist es sowieso nicht. Nee, unmöglich ist es sowieso nicht, weil man muss die ja auch selber schaffen, bevor die verifiziert werden. Fuck it! So, 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 und jetzt aber. Jawohl, gepackt, 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 gepackt. Hast du die Marke erwischt? Ja, ja, und das auf dem vierten Platz. Und einer ist direkt vor mir. Okay, ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Du musst einfach nur Vollgas direkt durchspringen. Du musst den Äußeren vom Äußeren anfangen. Ja, ja, eben, weil dann kriegst du halt nicht so viel Geschwindigkeitsverlust. Nein! Ich war so schnell, ich habe die zweite Rampe übersprungen. Ja, ja, habe ich auch gemacht, aber es hat gereicht. Nee, ich habe von... Nee, das meine ich gar nicht. Ich habe das anfänglich geschafft. Dann kommen ja diese einzelnen Streifen. Mhm. Und da bin ich über die Rampe rübergeflogen. Das heißt... Bin ich auch, aber ich war trotzdem insgesamt. Ich habe es geschafft bis zur Markierung, weil ich so schnell war. Oh, er macht da vorne Platz, du Spasti. Das geht doch gar nicht. Tü, tü, tü. Dener lügt, der Dener lügt. Ich fahre vorbei, du Spasti. Oh nein, das war ich zu schnell. Der Dener lügt uns extra an. Nein, 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 ich meine das ernst. Jetzt sagen wir reden gar nicht aneinander vorbei, glaube ich aber nicht mal. Meine Hände schwitzen, es ist ein Schwellen von Pfeifen. Ich habe niemanden überholt, sondern bin ich ganz blöd gefahren und habe deswegen so viel Zeit verloren. Alter Schwede, man muss da nochmal durchkämpfen. Das gibt's doch nicht. Achso, es sind zwei Runden. Das gibt's doch nicht. Scheiße, 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 bin runtergefallen. Also für mich ist sowas mal ein Ding für die Möglichkeit. Wir müssen aber außen anfangen mit Vollgas durchfahren, Kev. Nein, mit Vollgas geht das ja gerade nicht. Ich hatte mehr Vollgas als du. Ja, dann wahrscheinlich auch so. Und da war ich so schnell, dass da, wo diese Kanister drauf sind, weißt du? Ja, ja. Dass ich da rüber geflogen bin. Ja, habe ich auch gemacht. Und das hat ja insgesamt gereicht. Das war mir nicht. Scheiße, Alter, scheiße. Jetzt schau dir aber ein zweiter mal runter. Ich mache es jetzt gemütlich. Wie? Oh, Schurbi. Jetzt bin ich nur noch fünfter. Scheiße. Ich freue mich, ich bin letzter. So. Oh Mann, wieso warst du der Spasti hier? Oh, ist das ein Assi? Der Spasti hat gewartet. Mena! Hä? Ich war das. Hä, wieso hast du da gewartet? Ja, damit ich da schön mich ausrichten kann. Nein, Kev, genau das darfst du ja nicht machen. Nein, genau so hätte ich es geschafft, wenn du nicht so ein Vollhonkel hättest. Ah, Kev, ich habe es schon mal geschafft. Wer weiß es wohl besser? Ich. Ja, ja. Ich. Einfach nur aus Prinzip. Du hast einfach auch ein blindes Huhn. Oh, Scheiße. Boah. Oh, fuck it! Ich hasse solche Challenges. Ich hasse, ich schaffe sowas nie. Nie. Kev schafft es nie, aber behauptet es zu wissen, wie es geht. Natürlich. Ich weiß, wie es geht, theoretisch. Aber in der... Oh, siehst du, jetzt springen die einfach wieder und... Hat nicht gereicht. Aber ganz knapp noch nicht gereicht. Hat ganz knapp noch nicht gereicht. Hätte klappen können. Aber in der Praxis weiß ich natürlich... Ah. So, Kev, ja. Jetzt will ich mal sehen. Bist du gerade auf der Rampe? Nee. Na gut. Ist auch schon letzte... Ist vielleicht schon Ende. Nie beendet wird das sein. Scheiße. Oh, jetzt schaffe ich es nämlich. Und? Ja, jetzt hast du es geschafft, Kev. Und zwar, wie ich gesagt, da war Vollgas durchfallen. Ja, ja. Hast du in der Mitte... Nein, nein, nein. Oh, ah. Das kann doch gar nicht sein. Der lügt uns an. Nein. Der hat niemals die Mitte da durchgefahren. Niemals. Ich habe die Mitte da ausgelassen. So. Jetzt bin ich ein Punkt... Oh, und, und, und. Ja. Lüge. Ich müsste... Gelogen. Du hast niemals die Mitte da ausgelassen bei der ersten Rampe. Niemals. Du hast niemals die Mitte bei der ersten Rampe ausgelassen. Glaube ich dir nicht. Glaube ich dir nicht. Ich meine, das Ding am Ende. Ich bin da langgefahren. Das Ding am Ende, wo du angehalten hast. Da einfach toll rüber spinnen. Also nicht das erste, sondern am Ende. Wie soll man das erste noch auslassen, Kev? Weil da kommst du nicht anders hoch. Egal. Solange der DNA nie beendet... Ich bekomme trotzdem mehr Punkte. Ich weiß es aber auch. Nee, gar nichts. Nie beendet ist null. Echt? Ja. Nie beendet ist null Punkte. Mann. So ist es. Verdient. Wer halt eben falsche Informationen preisgibt hier. Was heißt, ich bin immer noch hinter dir. Mit drei Punkten. Scheiße, Alter. Das heißt, das letzte Rennen... Gut, jetzt musst du es aufholen. Oh, oh. Ja, das letzte Rennen. Und das ist das Ding. Aber das habe ich schon mal besser geschafft als du, glaube ich. Ich glaube, es ist das, was wir schon mal hatten. Oh, scheiße. Das ist ein Monster Truck, oder? Ja, ja, ja. Oh, Mann, Leute. Das ist... Dener, der will mich hier. Der hat mich hier an den Eiern. Aber sowas von. Ich weiß jetzt nicht, was ist besser. Sand King XL oder der kürzere? Komm, lass beide Sand King XL nehmen. Okay. Damit wir gleiche Auswahl von Unmöglichkeiten haben. Alles klar. Ich setze auf keinen Fall Geld auf mich. Ich weiß wieso, dass ich nicht erster werde. Auf was soll ich das setzen? Als ich letzter werde, gerne. Gerne, gerne. Eieiei, so. Nee, ich setze auch kein Geld. Ich gehe direkt auf Spielen. So. Go, go, go. Es sind alle bereit. Ich weiß immer noch nicht, was mit euren Haaren passiert ist, ey. Die sind die weg. Mein ganzes Gesicht ist sowieso total zerstört und meine Haare sind auch alle weg. Wie sagst du, eine Glatze? Ja, weiß ich nicht. Du siehst so scheiße aus. Fickst dich. Die hat es sich nicht getan. Hört mal mich an. Hübscher junger Mann. Schattlich. Ja, ja. Schattlich. So, Kev. Okay, ich sehe, dass die anderen haben den anderen genommen. Ah, nee, oder? Ich glaube, manche haben den, manche haben den. Ich starte aber ganz vorne schon mal ganz gut. Und jetzt heißt es einfach nur in der ersten. Es sind auch mehr Runden, glaube ich. Ich glaube, zwei. Jetzt heißt es in der ersten Runde. Ich hatte auch einen guten Start, aber es reicht manchmal auch nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, fuck it. Verdammter Mist. Was ist denn jetzt passiert, ey? Ja, okay, okay. Man muss hier einfach behutsam sein. Das kenne ich hier. Scheiße, ey, das war kacke am Anfang. Alter. Das mies ist, wenn die sich gegenseitig wegrammen, was gibt es noch nicht. Da kommt so ein grüner Vollputbel, alter. Hey, ihr Spasten, jetzt fahrt! Blocke jetzt extra alle hier. So. Du bist oben drauf irgendwo, ne? Nee, ich bin auf der ersten Plattform. Und da hat er noch einen hochgeschobst. Aber ich bin mir nicht, weil ich im Zweiten nicht hochkomme. Jawohl. Ja, 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 jetzt schiebe ich bitte einer von hinten an. Bitte, 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 bitte. Oh, scheiße. Ja, 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 ja. Und jetzt will ich es schaffen. Ja? Ich glaube, der andere wäre besser gewesen. Mann! Habe ich nicht genug Power, oder was? Fuck, ey. Ich komme mir ganz hoch, dass du so ein bisschen schräg hochfährst. Das ist manchmal besser. Aber alter, was passiert hier? Ja, ich werde hochgeschobst. Los, ja, man muss noch nicht hochgeschobst werden. Ja, ja. Oh, danke, Kev, du bist gut. Danke, Kev. Ich bin ein netter Bursche. Du musst immer ein bisschen mit dem linken Knüppel spielen. Ja, ja, ich weiß doch, nein. Sie hat mich weggedrückt. Und? Ich glaube schon. Das ist doch ein Allrad. Der muss doch Power geben von unten. Und? Ja. Yes. Jetzt bin ich drauf. Es reicht. Das reicht dir. Ich muss hier drauf. Es reicht nicht. Ich muss hier drauf. Doch nicht. Boah, ey, guck mal, wie viele vier Leute auf einer so einer Ebene. Das ist, glaube ich, Spinne. Aber ich habe es geschafft. Und zack. Hallo, fahr hoch, Junge, fahr hoch. Das gibt es nicht. Es geht nicht. Oh nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh Gott, ganz vorsichtig. Ui, ui, ui. Und, ja. Der erste ist runtergefallen. Der erste ist runtergefallen. Der hat es, glaube ich, nicht geschafft. Oder? Oder er hat es doch geschafft, weil er fährt geradeaus weiter. Oder er... Mann, ich hoffe nicht. Oh, und ja. Ich bin ein Platz rum weiter. Und? Ja. Nein, ich bin auf dem zweiten Platz noch. Oh nein, nein, das liegt hinter mir schon. Oh, den muss ich blocken. Ich bin auch hinter dir. Ich muss den blocken, wenn er hinter mir ist. Nein, block den nicht. Und geblockt. Geblockt. Du bist so Asylpier. Yes. Jetzt fahr ich runter. Nein, der hinterreift. Das ist Karma. Oh nein, ich überlebe. Ich schiebe den runter, Käft. Der müsste vor ihm. Nein, der hinterreift bei mir ist raus. Ich muss hier richtig minimal lenken, aber bis ich nicht runterfalle. Ja, ich hab's wieder drauf. Der hinterreift, der passt und weg. Der war schon weg. Scheiße, ich muss nochmal absetzen. Und. Alter, Gäbs, bist du fast bei mir. Oh, das füllt nichts. Das füllt nichts. Ja, Mann. Ich komme. Scheiße, bist du bei mir? Oh, schieb mich, schieb mich, schieb mich. Scheiße, Gäbs. Nicht nochmal. Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, ich schieb mich nicht runter. Ich hab die auch einmal. Ja, warte. Das weckte mich dann aus. Du hast mir auch geholfen. Ja. Yes. Ich hab's geschafft mit einem Satz. Yes. Ich hab's gepackt, ich hab's gepackt, ich hab's gepackt. Ja, ich hab's gepackt. Ich hab's auch gepackt. Ich bin wie ein Kind an dir, ne? Yes, weiter geht's. Und du weißt, wir müssen das ein zweites Mal schaffen, ne? Ich weiß, aber das ist ja die letzte Challenge und es bleibt spannend, weil du musst mehr als ein Platz vor mir sein. Naja, das stimmt schon. Weil auch wenn du erst wirst und nicht zweiter, was jetzt auch nicht mehr drin ist. Oh, Mann. Aber das war richtig gut, wir sind richtig gut vorangekommen. Wir sind ein gutes Team, wenn wir asozial spielen. So, ist doch eigentlich fast schon egal, wie gut du hier fährst, weil alle Zeit verlierst du wieder am Ende. Hier, nur einfach nur mal kurz abbremsen. Ja. Schalt mal für in den Gang. Oh, Mann, meine Hände sind so nass, ne? Das sieht man gar nicht, aber das ist spannend hoch. Oh, man fährt da vorbei, ne? Nee, man fährt da schön drauf und macht sich alles kaputt. Nein, jetzt fängst du halt wieder unten an. Das ist halt die Scheiße. Oh, du hast vergessen, den Wegpunkt zu nehmen. Hä? Du bist vorbeigekommen. Den hab ich gar nicht gesehen. Du bist da nicht vorbeigefahren? Mann. Genau gesehen. So, jetzt aber. Hallo. So. Aua. Oh, Mann, das war einer aus meiner Kuh, tut mir leid. Oh, 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 oh. Der ist auf dem ersten Platz. Der erste ist auch noch hier. Und niemand ist gerade oben, das heißt, wir sind alle gut dabei. Wir sind alle hier. Oh, wir sind bei einem von deiner Kuh hier weggestoßen. Alle sind hier. Das ist auch ein bisschen. Ja, die müssen wir nur Anschwung geben. Aber hier sind, glaube ich, zu viele. Ja, ich bin auf der ersten Plattform. Und jetzt? Nein. Nicht und nein. Schiebt mich. Aber ich wurde drunter gestoßen. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist unmöglich. Und? Ja, danke dir. Da, nein. Ich war da noch nicht oben. Wow. Und dann wurde ich runtergestopft. Hallo, der eine versucht, über mich rüberzufahren. Scheiße. Ich wurde hochgeboostet. Ja, gib mir Bust. Ja, 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 ja. Ja. Bist du oben? Ja, ich bin der Grüne oben. Oh, scheiße. Ich hab, glaube ich, den Trick durchschaut jetzt hier. Doch. Hab ich. Oh, nein. Die blocken einen. Ich lass Assi. Die blocken einen. Das sind zu viele auf der zweiten Plattform. Ja, ja. Und ich halte sie halt auf der zweiten Plattform. Der hat gerade noch einen weggeschoben wieder. Aber jetzt bin ich... Guck mal, da kann er sich nicht verpissen. Oh, scheiße. Der steht da schräg. Ja. Der wird es... Der wird es so niemals schaffen. Niemals. Oh, Mann, Alter. Ist das ein Vollhorst. Wirklich. Guck mal, der wird es seitlich niemals schaffen. Das garantiere ich. Der wird da niemals vorbeikommen. Okay. Und? Jawohl. Geschafft, Kev. Geschafft, geschafft, geschafft. Und jetzt mache ich die Punkte gut. Jetzt mache ich die Punkte gut. Mann, Mann, Mann. Was? Wo bist du? Ja, ich bin fertig. Ich muss nur noch zu Ende fahren. Bist du schon fertig? Ja, ich bin auf dem ersten Platz, Kev. Ich werde das Rennen noch machen in dieser Challenge. Fuck it. Wenn ich jetzt nie beendet kriege, dann hast du gewonnen. Ja, logisch. Wenn ich überhaupt der Einzige bin, der beendet, kriege ich auch richtig viele Punkte. Und ich wollte vielleicht noch mehr als nur dich. Ah, fuck it. Gib mir einen Boost. Ja. Sehr schön. So. Naja, ich sehe euch dahinten. Macht da ruhig. Macht da ruhig euer Ding. Nein. Nicht ganz runter. War, spiel ich nicht. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Verarsch mich doch nicht. Ich kann jetzt euer Luxus kennen, hier über die Rampe zu sprengen. Guck, der verarscht mich doch nicht. Dieser eine Penner, der ganze Zeit seitlich, hat ihn jetzt runtergestoßen. Und zwar vollständig. Bitte nicht solche Worte, ja? Das ist kein Penner. Ey, das hat er aber echt verdient. Das macht doch keiner. Und yes. Das macht doch keiner. Lol, haupte dein Auto, das blockt jetzt noch alle, Dehner. Ja, habe ich gerne gemacht. Ohne Witz, das steht jetzt hier. Der erste Platte und blockt noch alle. Sehr gut. Sehr gut. 10.550 gab das. Wieso steht dein verdammtes Auto noch hier? Na, dann geht der Blockzeit. Dehner, dein Auto steht hier noch. Auf der ersten Plattform. Wir kommen gar nicht vorbei. Lol. Das hat es gut gemacht. Das hat es sehr, sehr gut gemacht. Oh Mann, Dehner. Der fehlt mir drücklich da, ja? Ey, ich muss zweiter werden, dann ist Gleichstand. Ey, ich verstehe nicht, wieso dein Auto da noch ist. Hä? Es kann keiner von uns mehr schaffen, weil dein Auto auf der ersten Plattform hängt. Und zwar seitlich. Und dein NPC, der dich offenbar noch steuert, der gibt ganz Zeit Gas. Ja, das ist doch schön. Also ich glaube, der... Das ist doch voll der Fake-Programmer. Ich glaube, der hat richtig Spaß an der Sache. Das gibt's doch... Wie er einfach schon noch drin sein und ich hier warten muss. Ja, du wirst jetzt ewig warten. Ich warte jetzt hier. Schön ist das nicht, meine lieben Jongens. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an der Folge, zumindest bis zum Ende. War ja auf jeden Fall höchst spannend, ob Kevin sich das noch... Spaß hat man auf jeden Fall gemacht, war es? ...beide schaffen. Und... Das war eine coole Spielliste. Ja, und der Punkt geht an mich. An Dehner-Line. Okay, und ich würde sagen, ich versuch's gar nicht weiter, sonst leh ich nur durch, Leute. Wenn euch die Folge gefallen, gebt, wie gesagt, ein Däumchen nach oben. Ansonsten lasst es uns in den Kommentaren wissen, die Sicht von Dehner, die Gewinnersicht habt ihr da natürlich... Wenn ihr in der Dehners Jongens-Crew seid oder in der Enkevs-Crew, dann könnt ihr Changes erstellen. Wir können dann auf der Internetseite sortieren, dass nur Spiellisten... Also, dass nur Spiellisten... Also, stellt bitte Spiellisten. Dann können wir sortieren, nach welchen, die nur von euch erstellt wurden und können dann die machen. Also, macht bitte gute und nennt ihr am besten noch irgendwas mit Dehner und Kev. Weil dann können wir auch nach Namen sortieren. Wenn ihr irgendwas nennt mit Dehner und Kev, dann finden wir die. Und dann können wir die spielen, dann können wir eure Spiellisten spielen. Das wäre cool, also... Wenn ihr bis jetzt noch dran wart... Ich geb's auf, Freunde. Ich hab auch keinen Lust mehr. Dann vielen Dank auf jeden Fall. Bleibt einfach geil. Wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank, Christian. Auf der Rhyme. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und bleibt geil, oh Leute. Ciao.